Kennst du das auch? Du brauchst ein neues Produkt, sagen wir mal einen Wasserkocher. Und du greifst automatisch zum nächstbesten Schnäppchen, ohne wirklich vorher darüber nachzudenken, was der eigentlich kann und ob er für den Preis überhaupt zu fairen Arbeitsbedingungen produziert werden kann. Und wenn der dann nach einem Jahr auch noch kaputt geht, landen jede Menge wertvolle Ressourcen im Müll. Beim Ziel Nummer 12 geht es darum, öfter mal innezuhalten, bevor etwas gekauft wird. Denn wenn wir wirklich mal darüber nachdenken, brauchen wir viele Sachen vielleicht gar nicht. Und in Köln gibt es jede Menge Projekte und Initiativen, die sich für verantwortungsvollen Konsum stark machen und die sich über deine Unterstützung freuen.